Ahoi Leute, es ist wieder euer Renni. Heute ist Wahltag und ich war heute wählen mit meiner Schwester bei der Wirtschaftskammer. Also wenn du auch wählen kannst, geh unbedingt wählen und jetzt sind wir noch da beim Simse, sein Cousin im Kalani und trinken noch einen guten Kaffee. Ich wünsche euch einen schönen Tag, jetzt wählen. Ahoi!